Liebe Kochfreunde, heute wird es ungarisch. Wir machen ein ungarisches Gulasch. Ein richtiges Gulasch nach dem Rezept von Franz Stolz, der berühmte Kombidämpferkoch, einer der berühmtesten Kombidämpferköche. Ich koche sein Rezept nach, weil ich habe mir das nicht vorstellen können, dass man das so einfach und ohne Umrühren und ohne Aufwände im Kombidämpfer machen kann. Natürlich habe ich auch ein Rezept für alle Kochfreunde, die keinen Kombidämpfer haben, aber bald einen kriegen hoffentlich. Da gibt es im YouTube-Kanal mein Biergulasch. Das ist oben eingeblendet. Da habt ihr dann das Rezept, wie man das ganz normal am Herd macht, im Topf und das funktioniert auch wunderbar. Heute haben wir aber ein Kombidämpfergulasch und ich habe hier vorbereitet. 3 Kilo Zwiebeln. Immer gleiche Menge Zwiebeln wie Fleisch. Das macht auch der Franz Stolz so. Hier habe ich noch ca. 12 bis 15 Knoblauchzehen geschnitten. Da habe ich eine Zitrone hineingerieben. Der Franz nimmt hier die Zitronenschale. Ich habe hier eine große Zitrone gehabt. Die habe ich zur Hälfte hineingerieben. Ich nehme, ich habe immer eine Zitrone im Tiefkühler und nehme die als Ganzes. Das ist ein ganz feiner Geschmack. Da wird nichts bitter. Das ist eine ganz tolle Sache. Da habe ich vorbereitet. 150 Gramm Paprika Edelsüß, 3 Esslöffel Zucker, ca. 5 Esslöffel Salz, dann kommt noch hinein 3 Esslöffel Öl und 3 Esslöffel Essig. Gebe ich da auch noch hinein. Das gebe ich jetzt hier hinein. Auf dem Herd habe ich jetzt noch stehen, eine Sekunde, das bringe ich auch gleich, ein Kümmel. Den Kümmel lasse ich immer in der Pfanne ganz heiß werden, bis die Kümmelkörner zu springen beginnen. Ich habe hier einen ganzen Kümmel verwendet. Der Franz sagt hier einen grob gehackten Kümmel. Ich gebe den jetzt dann, sobald der schön heiß ist, in den Mörsen. Da muss man aufpassen. Ich habe das hier auf der Induktion. Da geht es relativ schnell. Man muss aufpassen, der Kümmel nicht, dass er uns verbrennt. Der Kümmel hat die Eigenschaft, sobald die ätherischen Öle aus dem Kümmel herauskommen, fängt er dann so zum Springen an. Das zeige ich euch gleich. Eine Sekunde. So, und jetzt seht ihr das, wie das springt. Muss man dann schnell sein, damit da nichts verbrennt. Ich habe hier die Induktion. Ich habe das bereits wieder ausgeschaltet. Der Vorteil der Induktion ist, dass die Hitze gleich da ist, aber auch gleich wieder weg. Jetzt geben wir das in den Mörser hinein. Das ist ein Duft, das ist unglaublich. Viele Leute gehen gern Indisch essen, weil sie diese Geschmäcker, diese intensiven Gewürzgeschmäcker, diese Geschmacksexplosionen, wie sie das nennen dann, so gerne haben. Würden die das, alles was der in der Macht ist, dass er einfach die Gewürze vorher röstet. Und das macht diesen intensiven Geschmack. Ich habe das jetzt ganz grob gemörsert. Ja, da sieht man noch die Kümmelstücke. Ihr seht, das dampft. Das riecht so hervorragend. Und jetzt geben wir das da rein. Der Franz hat extra drauf hingewiesen. Man soll da wirklich Einweghandschuhe verwenden. Aber wir sind hier im Müllviertel. Wir sind wild. Bei uns ist das alles noch bodenständig. Wir wissen ja gar nicht, was Einweghandschuhe sind. Wir geben das einfach so hinein und mischen das dann durch. Wir sind ja keine Memmen hier bitte. So, ich schaue euch das an, wie das toll wird. Jetzt geben wir noch 3 Esslöffel Essig da drauf. 1, 2, 3 und 3 Esslöffel Öl. Ich mische das ordentlich durch. Und schon ist der Gulaschansatz fertig. Das ist jetzt wirklich alles, was es zu machen gibt. Vorbereiten muss ich für jedes Gulasch. Ich muss für jedes Gulasch alles schneiden, alles vorbereiten und 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 und. Aber ab jetzt wird es einfach. Ich brauche jetzt nicht mehr umrühren oder sonst irgendetwas. Ich gebe das jetzt bei Intervall Plus, fahre ich gern hoch, 75 Grad. Für circa eine Stunde gebe ich das jetzt ins Rohr hinein. Ich brauche dann nicht mehr umrühren. Auf nichts mehr aufpassen. Schaut euch das an, wie das schön wird hier. So, jetzt mache ich mir kurz die Finger sauber. Der Franz müsste jetzt nur die Einweghandschuhe rausziehen. Aber es geht bei mir auch fast so schnell. Es ist echt, wir sind da vorbereitet und vor allem wir sind wild. Jetzt geben wir das in den Ofen hinein. Einschubhöhe ist da egal. Ich habe hier 130 Grad. Intervall Plus heißt das. Bei mir fahre ich gern hoch, 75 Grad. Für circa eine Stunde. So, das dampft hier kräftig aus. Ich gebe jetzt da rein und ich brauche nichts mehr zu tun. Und während das jetzt hier angart, bereite ich dann schon mit euch das Fleisch vor. Das sehen wir uns gleich am Schneidbrett. Fürs Gulaschfleisch haben wir hier ein ganz schönes, der Fleischermeister Hitzker hat mir hier einen Watschinken vorbereitet. Ein Wadl heißt das bei uns in Österreich. In Deutschland der Watschinken. Jetzt kann man das, muss man nicht bitte. Ja, man kann das hier ein bisserl natürlich zuputzen. Wenn man das Sehnige nicht macht, das macht aber üblicherweise macht das wirklich eine sehr schöne Soße, ein Glanzerl rein. Aber wir haben ja hier, Sie sehen das, im Müllviertel ist es wild, Eiko. Im Müllviertel ist es wild, da haben wir die Monster nicht nur unter dem Bett, sondern auch unter dem Tisch. Da fährt einfach einmal eine riesige Schnauze mit riesigen Keilerzähnen aus dem, unter dem Tisch hervor. Dann schneiden wir das Gulasch. Traditionell ist das Gulasch im Wirtshaus kriegt man pro Portion üblicherweise drei Stück. So schneidet man das am besten. Das wäre eine Portion. Ja, ich habe hier drei Kilo Fleisch. Vorher haben wir schon gesehen, habe ich drei Kilo Zwiebeln reingeben. Gleiche Menge Fleisch wie Zwiebeln. Und das wird dann geschmort. Jetzt kann ich sagen, das sind ja viel zu große Fleischstücke. Man darf nicht vergessen, durch das Schmoren werden die Stücke, ich sage einmal, circa um die Hälfte kleiner. Weil der Rest ist dann als Saft im Gulasch drinnen. Das Monster wird nervös daneben. So, der Rest ist dann als Saft im Gulasch drinnen. Ich schneide das jetzt so weiter. Und wenn man dann das Fleisch unter dem Gulaschansatz, der jetzt im Kombidämpfer drinnen ist, vermischen, dann sehen wir uns wieder. Das Fleisch ist geschnitten. Der Gulaschansatz, die Zwiebel, die paprizierte und gewürzte, ist jetzt eine Stunde bei 130 Grad Intervall plus. Da brauche ich gar ein Buch drinnen. Achtung an. So, und jetzt schauen wir uns das an. Wir nehmen das hier raus. Das ist geschmort schön. Trotzdem immer noch saftig. Jetzt bin ich gespannt, wie das noch erwirrt. Wir geben jetzt dann einfach das Fleisch dazu. Mischen das drunter. Und so. Das ist ist ungewürzt. Man muss das auch nicht extra anbraten. So. Das geht schon wieder raus. Das mischen wir jetzt da gut drunter. Und jetzt lassen wir das fertig schmoren. Ich stelle das jetzt hinein. Der Franz Stolz empfiehlt hier 120 Grad. Selbe Stufe. Also Intervall plus, Feuchtgang hoch. Für drei Stunden. Und in diesen drei Stunden brauche ich nichts tun. Sondern ich stelle das einfach rein. Es kann garantiert im Dampf nicht anbrennen. Das riecht sehr, sehr gut. Und jetzt schauen wir uns das an. Und ich gieße hier auch nichts auf. Es gibt hier kein Aufgussmittel. Gar nichts. Sondern dieses Fleisch schmort jetzt da wirklich wunderbar. Mh, das schmeckt gut. Schmort jetzt hier wunderbar im eigenen Safterl. Wenn man das raus, nach drei Stunden schaue ich mir das an, ob das Fleisch schon durch ist, ob das Fleisch zart ist. Wenn das noch nicht zart ist, das kann natürlich, das hängt zusammen mit der Fleischqualität. Auch wenn es eine gute Qualität ist, ist es nicht jedes Rind gleich. Das eine braucht halt einmal eine halbe Stunde länger und das andere braucht eine Viertelstunde kürzer. Deshalb einfach kosten. Wenn es schön zart ist, ist es fertig. Ist es noch nicht schön zart, dann hängen wir halt noch einmal eine halbe Stunde an und kosten wieder. Habe ich zu wenig Saft, dann kann ich das ohne weiteres Jahr nur einmal dann den Saft verlängern. Das ist ja überhaupt kein Problem. Dann gießt man einfach auf den Saft und würzen das hinterher. Und das ist jetzt die ganze Arbeit. Ich brauche jetzt nicht mehr umrühren oder sonst irgendwas. Ich mache das jetzt drei Stunden, stelle das auf 120 Grad ein und kann jetzt mit meiner Frau durch die Bars von Bad Zell ziehen, Kaviar essen, Champagner trinken und in drei Stunden kommen wir zurück und schauen, ob das Gulasch fertig ist. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt ist unser Gulasch nach dem Rezept von Franz Stolz fertig. Ganz eine tolle Sache. Ich habe mir sein Rezept noch genauer angeschaut. Da ist etwas drinnen gewesen, was ich bisher nicht wusste. Wenn man das Fleisch einfach so hinzugibt, dann ist es die traditionell ungarische Art ein Fleisch in einem Gulasch oder Gulaschgericht zu verarbeiten. Man nennt das Weißdünsten. Es wird das Fleisch ohne anbraten einfach in den Paprika-Zwiebel hineingegeben und der schmort und schmurgelt da drinnen dann das Fleisch weich. Das verbindet sich die Fleischsäfte. Das ist ein unglaubliches Riecht hier drinnen. Es ist ganz eine tolle Sache. Und wenn man es vorher anbrät, dann wird es eher ein, beziehungsweise nicht eher, sondern dann wird es ein Ragout und man nennt es nicht weiß gedünstet, sondern braun gedünstet. So, und jetzt wird es da gleich pipsen. Wir nehmen das raus. Ich habe das schon gekostet. Natürlich muss ich ein Stück kosten, damit ich weiß, dass es durch ist. Und jetzt schaut sich das an. Bitte Quatsch. Ist das ein Gulasch oder nicht? Was sagt ihr? So, jetzt schauen wir uns das an. Das ist alles ganz fein geschmort. Das riecht gut. Schaut euch diesen sämigen Saft an. Das herrliche. Das ist ein richtiges Gulasch, wie man es aus dem Wirtshaus kennt. Und jetzt schauen wir uns das an. Wir nehmen da ein Stück heraus. Jetzt schaut euch bitte die Soße an. Das Saferl an. Okay. Jetzt schneiden wir das. Das ist zu fein ja fast. Und ist saftig. Bitte. Schaut euch den Glanz an. Dieses Glanz im Fleisch. Es ist saftig. Das war jetzt genau drei Stunden drinnen. Das kann man mit der Gabel zerreißen einfach. Schaut her. Und es ist saftig. Und das schmeckt paradiesisch. Liebe Freunde, wenn ihr noch keinen Kombidämpfer habt, dann kauft es euch an. Das ist das Beste, was es gibt. Ich habe jetzt drei Stunden außer einmal etwas Wasser nachfüllen nichts gemacht. Ich brauche nicht einmal umrühren. Ich brauche nichts machen. Ich muss lediglich, was ich bei der herkömmlichen Zubereitungszeit auch machen müsste, die Zwiebel schneiden und alles vorbereiten. Da sparen wir aber das gesamte Anbraten und alles, weil das macht alles. Ich stelle das einfach rein. Ich gebe dann das Fleisch dazu und habe eine Ruhe. Effektiver Zeitaufwand war arbeitsmäßig 40 Minuten. Länger hat das nicht gedauert. Und ich habe jetzt so ein sattes Fleischerl. Ich muss das gleich noch einmal. Da machen wir uns dann Nudeln dazu, eine Polenta dazu, einen Säumelgnädel dazu und haben ein ganz perfektes Gulasch. Besser wie in jedem Wirtshaus. Und alles, was überbleibt, das wecke ich dann ein. Das wird dann eingeweckt. Und ich habe dann wirklich für lange Zeit oder nicht so lange Zeit, weil es so gut ist, ein schönes Gulasch immer zu Hause. Liebe Freunde, kocht es nach. Geri kocht. Das Beste ganz einfach. Lasst es euch schmecken. Abonniert meinen Kanal. Rechts unten, da oder dort, setzt ihr einen roten Button. Der schaut so auf. Da klickt ihr auf Abonnieren drauf. Im Video ist oben eingeblendet entweder hier oder hier ein I. Da findet ihr auch das Rezept dazu, wenn ihr das Gulasch machen wollt und ihr habt noch keinen AEG-Kompetenz. Multidampfgarer. Dann ist da oben das Biergulasch eingeblendet. Mit dem könnt ihr es herkömmlich am Herd machen. Also, Freunde, lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. beschrei schatzt 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 so